Hallo zusammen, hier ist wieder heute Lange und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar geht es heute wieder um ein kleines Opening von meiner Mythic Plus Chess. Heute ein wenig verspätet, jetzt erst am Wochenende. Ich war leider die Woche ziemlich verhindert und bin zu nichts gekommen. Nicht mehr dazu, dass ich quasi meine Mythic Plus Chess öffnen konnte. Und ja, leider auch bloß eine dieses Mal, nicht zwei. Das nächste Mal werden es wahrscheinlich wieder die Ali und die Horde Chess sein. Aber ja, zu Ali Chess bin ich leider auch nicht mehr gekommen, dass ich die gemacht habe. Aber zumindest müsste ich eine Zehner, genau, ich bin eine Zehner auf jeden Fall gelaufen. Also auf meinem Raidschar müsste ich ein gutes Item kriegen. Was ich unbedingt brauchen könnte, wären hier Handschuhe. Was brauche ich noch hier? Schuhe. Oder eine Azerid Brust wäre natürlich auch, naja wohl, die Brust eigentlich nicht, weil dann kriege ich meinen Trade nicht. Eigentlich brauche ich das eine Raid Item. Hm, muss ich mal gucken. Mal schauen, was ich rauskriege. Wahrscheinlich kriege ich irgendein Item raus, was ich schon gut am Slot habe. Aber wir lassen es überraschen. Und? Leul, ich hatte eine Brust raus. Okay. Ja gut. Ähm, ja. Das Problem ist, ähm... Warte mal, jetzt schauen wir mal, was die für Trades drauf hat. Also ich finde, Kiki kriegt Grundsteiger anwesend. Na ja gut, das ist in Ordnung. Ähm, was haben wir hier? Das finde ich kacke. Das ist, naja, okay, nehmen wir das einfach mal. Was haben wir hier noch so? Ähm... Ne, 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 ne. Hm, das finde ich jetzt auch nicht so toll. Ja gut, komm. Ja, es sind jetzt nicht so die Top Trades. Und die anderen, was habe ich hier noch? Das ist das Movement Speed Ding, ne? Und es wird irgendwie gar nicht angezeigt, wie ich drüber fahre. Okay, dann halt nicht die Heilung. Also die Brust hat ehrlich gesagt nicht sonderlich gute Trades drauf, ja. Ähm, ich muss mal gucken, wie ich es machen werde. Wenn ich nämlich das, ähm, hier drei Azerid Teile aus Mythic Plus. Und ihr seht, das ist aus dem Mythic Plus 10, das hier und das hier. Also sprich, alles drei aus einer Kiste. Ich hatte in dem Fall aus der Mythic Plus Kiste in Anführungszeichen Lack, dass ich zumindest drei Azerid Items gekriegt habe. Habe ich aber jetzt natürlich die Problematik, ähm, dass ich mir was für ein Raid überlegen muss. Weil ich brauche ja einen Raid-Teil, dass ich meinen Buff kriege, ne? Mein extra Buff für ein Raid. Und da muss ich mal gucken. Ich meine aber, dass, jetzt muss ich mal ganz kurz nachgucken, dass die Brust bei Gahun gedroppt ist. Genau, die Brust ist bei Gahun gedroppt. Und sonst war, glaube ich, nirgends... Ach doch, hier bei Fetter Devorah war auch noch eine Brust. Okay, ja. Gut, da muss ich mal gucken. Da muss ich vielleicht auch ein bisschen die Azerid Pieces durchtauschen. Ich habe mir ja zum Glück die Schultern aufgehoben und habe ich mir... Gut, im Kopf habe ich mir nicht aufgehoben. Okay, gut. Da muss ich mal gucken, wie ich es dann mache, dass ich vielleicht ein bisschen durchswitche. Ganz schlecht ist es jetzt nicht. Auf jeden Fall ein Item-Level-Upgrade. Mit den Trades bin ich jetzt nicht so zufrieden, aber es geht immer auch schlimmer. Also, vor allem auch der dritte Trade, der jetzt dann hier noch kommt, da gibt es auch wesentlich bessere von passiven Trades, die dich mit hochziehen. Die sind jetzt auch nicht so top. Die sind jetzt nicht ganz schlecht, aber die sind jetzt auch nicht ganz top. Ja, gut. Das war es mit dem kleinen Opening-Video. Wie gesagt, das nächste Mal werden wir wieder zwei Kisten aufmachen und dann, denke ich mal, auch wieder mittwochs zur gewohnten Zeit. Und ja, schreibt mir gerne mal, was ihr bekommen habt, ob ihr irgendwas Brauchbares rausgekriegt habt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video heute. Bis dann. Ciao.